Also, damit können wir wieder ein bisschen arbeiten. Gut, dann Gold. Ich habe ja Gold tatsächlich beim letzten Mal geschmolzen. Und habe da 35. Mal sehen, wie viele Schienen wir da rausbekommen. Verbrauche ich aber auch Redstone. Nein, Redstone-Staub brauche ich, glaube ich. Nicht wirklich viel. Nein, das wird nicht reichen. Den Redstone-Staub, den kann ich eigentlich hier lassen. Ich habe ja Redstone in der Truhe. Und da habe ich auch noch mal zwei Gold, glaube ich. Oder so. Das könnte also noch mal reichen. Ich könnte auch die Redstone-Facke noch mitnehmen. Ich habe hier... Ach, das sind Redstone-Thruhen. Okay. Keine Thruhen, Redstone-Thruhen. Na dann, verarbeitet mir das, was wir haben. Und wenn es nicht reicht, müsste ich tatsächlich Gold schmetzen. Ich möchte aber ungern an die Gold-Erz-Blöcke, Leute. Weil die sind nämlich selten. Wobei, ob ich jetzt die Gold-Erz-Blöcke dann hier irgendwo abgrabe oder daraus mache, dürfte keinen Unterschied machen. Naja. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt habe ich tatsächlich vergessen, die hier auszuräumen Mist, na egal Was ist das, was nicht voll ist Packen wir hier noch das da mal rein Und holen uns das hier, dafür kann das hier weg Dann haben wir auch hier wieder Holz Und dann kann das hier noch mit rein Damit können wir auch nochmal welche machen Machen wir mal eben Das falsche Eins geht noch Einmal herstellen, okay So, dann Da ist sie stehen geblieben Ich platziere sie unten hin Wenn wir sie nutzen, nachdem wir hier alles gemacht haben Also hier kommt sie hin So, dann mal sehen Das sind 36, das 2 sind 18 Also 18 Segmente können wir damit Bestücken Reicht er dann doch eigentlich eine Weile? Oder hätte gereicht Wir benutzen, verbrauchen das Sehr gut Bis hier und jetzt hier wieder Holz So, und zwar Wenn wir jetzt hier was machen würden Dann wäre Das Da hier der Boden ist Wäre die Redstone Fackel Wäre dann Hier Aber Oben drauf Das heißt, ich muss das wieder weg machen Hier würde ich die Redstone Fackel platzieren Entsprechend wäre das auch hier Wir platzieren sie aber nicht Wir bauen das trotzdem entsprechend Vielleicht platziere ich sie doch mal kurz als Damit wir dort Treppen dran machen können Und dann Das ist zu falsch. Naja, es hat sich gut verbunden. Oh. So, dann kommt hier der hin. Dann können jetzt die Redstone Fuckin weg. Und hier muss aber ein ganzer Block hin. Irgendwie ist das falsch. Ja, ist es auch. Die Redstone Fuckin kommen natürlich nicht hier hin, sondern hier ist der Block. Das heißt, hier kommt die Redstone Fuckin hin. Das heißt, hier müssen der Boden hin. Das heißt, die Redstone Fuckin... Wenn wir hier das weggemacht hätten, hätten wir hier ein Loch gemacht und die Redstone Fuckin hier rein platziert. Also hier und hier. Und da müssen jetzt die Treppen entsprechend dran. Das ist falsch. Das ist richtig. Ist richtig. Der ist auch richtig. Das ist auch alles richtig. Auch hier kommt der hin. Da eigentlich auch, aber hier ist der Stein noch. Oh. So, so wäre das jetzt richtig. Nur, dass die hier jetzt rauskommen. Und dann hätten wir hier und hier, nur, dass hier wieder ein ganzer Block sein muss. Hätten wir das so platziert. Dann wären auch hier und hier ganze Blöcke, weil die ja auch über dem Redstone Signal sind. Hier hätten wir wieder mit einer Stufe geschummelt. Oh. Und auch hier hätten wir wieder mit Stufen geschummelt. Hier kommen dann dafür die hin. Und es wäre fertig. Sieht gut aus. Das hier bleibt tatsächlich offen. Ist aber jetzt, naja, es ist verbunden. So. Weil man aber jetzt hier das sieht, Leute, dürfen wir hier und da nicht schummeln. Hm. Hm. Sondern müssten tatsächlich ganze Blöcke platzieren. Ansonsten ist alles okay. So, Leute. Und jetzt, wenn hier jetzt ein Lichtlevel von 0 ist, dann bleibt das so. Und sonst nein. Kein Lichtlevel 0. Das heißt, das Loch ist nicht tief genug und wir machen alles zu und wir haben es umsonst getestet. Aber es hätte ja sein können, Leute. Und bei einem Lichtlevel von 1 ist das wirklich so grenzwertig, da teste ich auch gerne. sehr schön. Sehr schön. Dann wird es ein kleines Loch, das zu ist, in dem dann Monster spawnen können. Die man dann hört. So, ich brauche wieder Stufen. Gehen wir welche holen? So, wer kennt es, Leute? Ich hoffe, noch einige von euch von Riot Games aus The League of Legends. The Music of League of Legends Volume 1 Braun. The Music of League of Legends So, ich glaube, ich möchte jetzt auch langsam hierher umziehen, Leute, jetzt da das Segment hier fertig ist. Oh. Naja, wird nicht. Oder? Nein? Aber die habe ich gerade abgebaut. Habe ich vergessen, die mitzunehmen? Naja, ich möchte hierher umziehen, Leute. Das heißt, wir, also mit dem Zeug da unten. Das heißt, wir holen jetzt, jedes Mal, wenn ich nach unten laufen muss, holen wir uns irgendwas mit nach oben. Und da das hier sowieso schon komplett voll ist, kann das eigentlich sogar hier rein. Und ich habe sie tatsächlich übersehen und es sind aber eh nur noch 15. Okay. fangen wir an mit Ja, gelaufen bin ich jetzt wegen Schienen, also nehme ich dich mit. Ich dachte, ich hätte ein Creeper gehört. So, und zwar, vielleicht ist er sogar da drin, möchte ich das hierher platzieren, Leute. Hier. So, da können sogar noch Antriebschen hin. Und ansonsten ist das eh fertig. Also machen wir weiter. Nächstes Segment. Hier ist aber nicht. Aber ich höre definitiv, wie sich etwas bewegt. So, jetzt können hier auch gleich die Antriebsschienen drauf. Sehr viel angenehmer. nur habe ich vergessen, das hier, also das, das hier, Leute, das, das ist, brauchen wir gar nicht diskutieren, das wird zugemacht. So, jetzt habe ich keine Schienen mehr. Dafür gehen wir aber, ich glaube, ich habe auch gar keine mehr und ich habe auch gerade kein Eisen, um es bauen zu können. das Loch ist definitiv zu klein. Das heißt, ich müsste einmal kurz nach Hause. Hm. Naja. Aber das wäre jetzt nicht zwingend wichtig, Leute. Wir können da auch anders weitermachen. Oh. Das heißt, wir lassen das jetzt erstmal. Das ist eh zu klein, das Loch. Bleibt also. Oder wird zugemacht, besser gesagt. Da vorne sehe ich schon, ich glaube, das ist die Kurve, wenn wir da oben sind, Leute, dann müssten wir den Bahnhof sehen. Super. Weit sind wir. Super. 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 So, ich habe ja die Kiste sogar hier. Und hier sind keine Schienen mehr drin, auch kein Eisen. Und ich habe keins, also ich kann keins bauen. Ja, dann lassen wir das. Wir gehen mal nach Hause, wenn wir das nächste Mal zurückgehen, können wir kurz auch einen Abstech hier nach Hause machen. Das war ein Baby-Zombie. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber er klang da. Und da ist er. Wenn man einmal davon ausgeht, dass er springt, er springt nicht. Ein Dorfbewohner-Zombie. Brauche ich hier einen Dorfbewohner-Zombie? Bei mir zu Hause nicht. Und beim Pilzhaus oben? Eigentlich auch nicht. Brauche ich da noch einen Dorfbewohner-Zombie? Die Zombies können aber jetzt nicht über Schienen weggehen. Deswegen kommt er da jetzt gerade nicht weiter. Er ist auch irgendwie zu dumm, um da einfach drüber zu springen. Ich glaube, das ist ein Bug. Wir haben schon einen Hausmeister. Wir haben einen Rezeptionisten unten. Und wir haben einen Bahnmeister. Ich glaube, wir brauchen dich hier nicht. Ich töte dich. Die sind von da anscheinend hergekommen. Das Loch hier ist definitiv zu klein. Das ist so klein, das sehe ich mir nicht mal an. So, dann hier die Wände. Das ist so klein, das ist so klein.